So, dann auf geht's. Einmal mitten durch die Nacht. Atemlos durch die Nacht. Machen die denn hier? Oh oh. Ich glaube, ich muss schnell machen, Freunde. Also, ich bin nicht überzeugt, aber ich glaube, ich muss schnell machen. Jetzt wird mir kein Timer angezeichnet, außer mein Immunitätstimer oben. Ich mach mich jetzt direkt auf den Weg dahin. Direkt. Wollt ihr ein bisschen Drive-By-Looting? Hä? Und hier? Das ist schon hier, oder? Mach sie kalt, Aiden! Ist das die jetzt hier? Achso, doch, das sind die, glaube ich, ne? Ja. Oh oh. Da habe ich schon ein bisschen viel Schaden bekommen, als ich runtergefallen bin, ja? Also, ich war nicht super schwach, sondern einfach irgendwie, es lief nicht ganz so wie gewollt. Okay, wir müssen noch mal wieder respawnen. So, wir sind direkt in der Nähe, das ist ganz gut. Versuchen wir jetzt mal hier irgendwie auf die Mauer zu springen. Hey Freunde! Was macht ihr? Was macht ihr? Pass auf deinen Rücken auf, Junge! Und du? Willst du aufschärfen? Ho! Ausgewichen, sehr schön. Hat er mich gerade fett genannt? Oh, ich habe keinen Austausch mehr. Okay, weg! Weg! Okay! Okay! Das war gut! Geschafft! Keine Überlebenden! Diese Bestien! Finde die Kristalle! Susi hatte sie! Ja gut! War eigentlich der Karl hier mit unterwegs? War der... War der Karl hier nicht mit unterwegs? Hier ist eine Kiste. Oh! Hi! Karl! Sie haben Karl! Was? Wo? In ihrem Lager. Wir... Wir müssen... Susi? Susi, wo sind die Kristalle? Susi! Sophie, ich habe Susi gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie! Verdammt! Verdammt, verdammt! Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Aber keine Kristalle. Tjaus, Leute, haben Karl entführt. Und ich sehe die Kristalle nicht. Fuck! Yo! Ach, shit! Verdammter! Was? Ein Unhold. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Ganz langsam. Aber seid vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Wow. Wow, jetzt dauert es auch super lange mit dem Durchsuchen. Yo! Ey, ich muss einfach mal kurz die ganzen Zombies hier... Einmal... Uuuuh! Hi, Freunde! Heute gibt's... Gott, von hinten? Heute gibt's leider kein Mittagessen für euch. Aber die Dicke kommen jetzt grad an. Das ist ein bisschen doof. Guck mal weiter. Gott sei Dank, kein bisschen belasten, ne? Oh, das wollte ich gar nicht. Wollte ich muss aber bewerfen. Einfach so. Dann nochmal. Einfach weil ich ihn mobben möchte. Einfach so. Huah! Ab mit deinem Kopf. Warte mal, hier ist noch jemand? Hu! Ach, das war gar nicht der Dicke. Ganz ein bisschen angehört. Aber der Dicke kommt direkt hinterher. Guck mal. Ich muss den so ein bisschen outmoven. Dann bräuchte ich den nicht platt zu machen, Freunde. Dann bräuchte ich den nicht platt zu machen. Alles wird wieder gut. Weg mit dir! Wie die Schmeißfliegen, ne? Wie die Schmeißfliegen, ich sag mal nicht. Klappfetzen. Aber das hätte man sich ja auch denken können, dass hier nichts mehr ist. Hätte man sich denken können, oder? Sophie, die haben alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Es ist schief gelaufen. Also gut. Jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Wir gehen Karl holen. Und unsere Kristalle. Die Leute werden für diesen Scheiß bezahlt. Okay. Können wir weiter gehen, ey. Oh. Also irgendwie... Keine Ahnung. Oh, was ist die denn los? Aiden? Wie geht's? Bist du am Leben, Mann? Scheiße, ich bin sentimental. Das habe ich seit meiner dritten Scheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich. Aber mach dir keine Hoffnung. Bin ich so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander herausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Reicht das? Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Oh, scheiße. Shit. Ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut. Verschafft dir ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Ato ins Zentrum. Oh, davor kann ich mich nochmal heilen. Beziehungsweise, mal die Immunität wieder hochschreiben. Hallo. Grüße. Ey, was ich hier alleine wieder für Aufgaben machen muss, ja. Sie sind hier im kompletten Konvoi unterwegs. Alle tot, ja. Ich darf das alles alleine machen. Alles alleine machen. Das glaube ich... Oh, no. So. Äh... Komm mal. Komm ich hier... Komm ich hier hoch? Komm schon! Kletter! Kletter hier! Oh, no. Halt dich fest! Oh, oh. Au, 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 au. Oh! Ey, hier hoch. Ich komm mir super... Ich komm mir super schlecht voran. Hi Freunde! Ich muss hier mal kurz einmal durch. Alles cool. Cool, cool, cool. Oh Gott. Und weg. Und weg! Ich glaube, jetzt möchte ich mich grad mal nicht umdrehen. Oh. Komm ich jetzt am klügsten hier... Ah, hier hoch. Oh. Oh, ich glaube hier rüber. Hier rüber. Komm. Hoch da. Huh! Komm schon. Oh, sehr schön. Hat geklappt, hat geklappt, hat geklappt. Alles cool. So, und wo jetzt hin? Muss doch jetzt hier irgendwo sein. Ich hab natürlich grad noch ne aktive Jagd am Start. Hi Freunde, ich brauch mal kurz euer UV-Licht. Dankeschön. Das wird schon wieder hell, ne? Wird schon wieder hell. Du hattest vorbei, sehr schön. Es wird wieder ruhiger. Oh, ich kann hier noch was looten. Erstmal looten, Freunde. Erstmal ab bisschen looten. Na, kann man alles gebrauchen. So, her damit. Her damit! Ein paar Teile optimal. So, Hermann. Wo müssen wir jetzt hin? Hermann. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Erstmal ein Nickerchen. Baby? Mia? Ach, jetzt kann ich mich in dem Flashback bewegen? Kann ich auch hier weiter? Nee, ne? Ich hab auch keinen Überlebenden. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einfach hier irgendwie lang. Mia? Wo bist du? Bisschen aus wie so'n Labyrinth, ne? Ich glaub, ich werd hier voll getrollt. Volle Kanüle. Aiden, was ist denn los mit dir? Mia, wo bist du? Komm, mach ich auch so voll, als ob es hinter mir wär, ne? Mia, hör auf mich zu verarschen. Mia? Oh nein! 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 Yeah, the house, the house, the house is on fire. Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem hab ich ihm die Führung überlassen. Mach dir keine Vorwürfe. Es hätte viel schlimmer kommen können. Wenn ich auf mich gehört hätte, hätten wir jetzt Wasser. Und mehr von unseren Leuten wären am Leben. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast getan, was Karl wollte. Ja, aber ich lasse nicht zu, dass er den Bazar ins Verderben führt. Verstehe. Hat er grad auf den Bruder gezeigt, von wegen es hätte schlimmer kommen können. Und erst mal schnell auf den Bruder zeigen. Naja. Du denkst, Jack und Joe könnten etwas mit dem Mord an Lucas zu tun haben? Joe vielleicht. Er ist ein totaler Psycho. Und ein Dieb. Er wusste, die Peacekeeper hängen ihn, wenn sie ihn erwischen. Aber Jack hätte das nicht zugelassen. Ist zwar ein Feigling, aber er denkt rational. Warum hast du Hermann nicht geschickt? Vor allem, warum kann er nicht sprechen? Ist das wirklich so ein Rudolf-Verschnitt? Wahrscheinlich schon, oder? Warum war Hermann nicht mit bei der Mission? Gegen den Kerl hätten die keine Chance gehabt. Er? Er ist stark, aber hilflos wie ein Kind. Ein verdammt großes Kind. Du verstehst das nicht. Hermann ist fast taub. Er war früher der Leibwächter meiner Mutter. War schon immer da, soweit ich mich erinnern kann. Nachdem sie gestorben war, blieb er in unserer Nähe. Einmal ging das Licht in meiner Unterkunft aus. Die Infizierten brachen durch ein Fenster. Hermann versperrte den Weg und warf eine Granate auf einen Infizierten in der Nähe. Er überlebte die Explosion, aber verlor sein Gehör. In einem Kampf Mann gegen Mann ist er beinahe unbesiegbar. Aber wenn er von hinten überrascht wird, ist er so verwundbar wie ein Kind. Eine Wahnsinnskombination, vor allem für ihn. Deshalb bevorzuge ich es, ihn im Auge zu behalten. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Aber ist nicht jeder so ein bisschen hilflos, wenn er von hinten angegriffen wird? Auch irgendwie ein bisschen schwachsinnige Beschreibung, oder? Na ja, gut. Was ist jetzt? Der Plan. Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unsere Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Vali, halt den Mund! Was? Hätten wir ihm rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen? Will er mir grad ans Bein pissen? Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Hat sich grad was reingezogen? Irgendwie ist die Konversation nicht ganz so fließend, oder? Du und Birdie, ihr standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter, fragte mir immer seine Werke und sagte, die anderen wären zu dumm, um sie zu verstehen. Hab ihm nie gesagt, wie schlecht sie waren. Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war 10 Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung. Aber er hatte sonst niemanden. Also, nahm ich ihn auf. Hat er ja grad mal 6 Jahre bei dem verbracht, ne? 16 war er. Als er ja da gestorben ist, vorhin. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Carl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack. Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davon kommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie. Sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Alberto. So. Hm. Hater, hier. Hauen Sie ab. Aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um ihr Leben. Wie wir jetzt gerade irgendwie so für drei Fraktionen unterwegs sind. Einmal für die vom Bazar, einmal für die Peacekeeper und dann nochmal für Harcourt. Ganz langsam. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal meine Waffe mal kurz nochmal ein bisschen upgraden. Äh, warte mal. Wo ging das? No. Achso, ne, war richtig, war richtig. Alles gut. Ähm, jetzt wir kurz nochmal schauen. Basisschaden, Inventalschaden, Treffer-Chance. Kann man hier schönes nehmen. Also ihr seht, hier kriegt man auch Halbbarkeit wieder, wenn man die Modifikationen drauf macht. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, um die Waffen effektiv wieder zu, äh, ganz zu machen. Zumindest mal auf einen bestimmten Wert. Ja, machen wir jetzt mal ein bisschen was drauf. Wird wir auch wieder eine Halbbarkeit dazu bekommen. Ähm, sieht übrigens auch immer ganz, ganz cool aus. Mal ganz davon ab. Ja. Aber Halbbarkeit gibt es dann echt nur 50 Meter drauf. Nehmen wir jetzt mal Feuer. Ja. Was haben wir hier noch schönes? Auch nur 50 Halbbarkeit. Halbbarkeitskosten pro Treffer, minus 10%. Ja, dann sind wir fast wieder voll. Machen wir es genau mal so. Hier haben wir nochmal Talismana, aber die bringen effektiv nichts. Ja, die bringen noch nicht mal, nicht mal großartig, ähm, Heilung oder sowas. Also, Halbbarkeit. Ist glaube ich auch nur für Style oder sowas. I don't know. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie die Waffe ausschaut. Fischdick. 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 Boah. So, hier hoch muss ich jetzt wahrscheinlich. Let's do it. Uh, zu weit gesprungen. Okay. Okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, wo ist er denn? Da ist er. Hallo. Ich bin gerade erst angekommen, ja? Chill mal deine Base. Ach, was wollen sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Karls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Alter, irgendwie hab ich das Gefühl, ja, ich helfe jetzt drei Fraktionen, aber effektiv vögle ich mich dann dadurch irgendwie selbst, hab ich das Gefühl. Mal gucken. Na, glaub ich nicht. Die scheinen sich über jede Hilfe zu freuen. Das sagen sie. Aber diese Leute hassen uns, Aiden. So wie jeden, der mit uns arbeitet. Wenn sie also den Verdacht hegen. Vor allem jemand wie Sophie. Ich komm mit denen klar. Das dachte Lucas auch. Und sehen sie nur, wie es endete. Es wäre ein Jammer, wenn ich sie irgendwo in der Grube mit abgezogenem Fell finden würde. Warten sie mich häuten. Bitte dich. Ich bitte dich. Sind sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaub nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass sie Lukas getötet haben, gibt's ein Blutbad. Finden sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten sie mich auf dem Laufenden, wo sie gerade sind. Seien sie vorsichtig. Passen sie gut auf sich auf, Pilger. Ja, super. Ja, die Frage ist, wem helfen wir jetzt effektiv? Wem helfen wir jetzt effektiv? Kann ich hier irgendwie runter, ohne großartig Schaden zu nehmen? Hu! Davon! Ha! Autsch! Ähm... Kannst du mal wieder hier drauf? Oh no. So. Und die Jagd geht los. Na, Sophie. Hä, die ist ja mega! Bitte halt dich fest. Okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch einfach mal nicht. Komm ich hier hoch? Das wäre vielleicht gar nicht mal so unklever gewesen, mal kurz eben im UV-Licht. Oh, wobei hier ist auch noch was. Kann ich hier einfach warten? Geht doch die Jagd auch vorbei, oder? Warum nicht da hier einfach im UV-Licht rum? Fragen über Fragen, aber ich will mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren. Achso, warte mal. Zwölf Meter. Wir sind ja fast da, wo wir hin müssen. Deswegen wahrscheinlich. Es ist Zeit für uns. Sieht aus, als sei Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Äh, also... Papa, es ist noch früh. Aber wo? Fragen sie ja rum, wohin Sophie gegangen ist. Okay. Ich loot jemand nebenbei noch. Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie. Ja, sie ging, äh, sie meinte... Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Cool. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht, äh, funktioniert nicht mit, äh, äh, ist kaputt, äh, das, äh... Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Na, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lass ich's lieber in Ruhe. Ähm, kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Äh, Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo. Äh, warum? Äh, warum? Äh, warum? Okay, da kommen jetzt ein bisschen mehr. So! Wo ist jetzt... Machst du dir keine Sorgen, was Sophia sagt? Wow! Und die haben wir nicht selbst gesehen? Wir kamen hier hin und haben erst mal gesagt so, okay, Sophie ist nicht da. Wo kann Sophie denn sein? Fragen wir erst mal rum. Hi, Sophie. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es manchmal nicht. Purer Zufall. Susi, Logan! Ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide! Pödie! Ralf! Auf euch! Ich liebe euch! Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Pfff, nur vage. Ich kann mich erinnern, als wär's gestern gewesen. Wir hatten die Kirche ne Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an. Wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr. Aufs Dach deser Kristall. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich's unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karls ihrem Nachfolger mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skropellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Wie schnulzig das einfach ist. Als ob ich den ganzen Scheiß überhaupt wissen möchte. Ich kann mir von mir jetzt gerne viel über sich erzählen, aber das heißt ja nicht, dass ich im Umkehrschluss jetzt alles über mich erzählen muss. Naja, eigentlich tust du es ja doch. Du siehst absolut nicht wie ein Verbrecher aus. Zumindest für mich nicht. Ja, weil du mich nicht kennst. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von faul anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Jetzt auf Bruderschaft trinken? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Vildor. Kümmer dich um dich selbst, Pika. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pika. Hä? Also das muss mir jetzt mal jemand erklären. Die ist hinter uns weggegangen. Und jetzt ist die vor uns auf dem Dach. Shit ist die alte Gut. Shit ist die Gut. Krass. Krass ist die Gut. Mensch, die ist ja schneller als wir. Da. Warte mal, die haben wir schon geholt, ne? Okay. Gehen wir hier rüber. Hallo! Interessant. Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe drei Speer zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Stay away. Banditenlager. Nähern sie sich dem Banditenlager und benutzen sie das Fernglas, um die Eingangspunkte zu identifizieren, den Lagerleiter zu finden und potenzielle Gelegenheiten in der Umgebung zu identifizieren. Um das Banditenlager zu übernehmen, müssen sie den Lageranführer und seine Leutnants töten und das Lagertotem holen. Okay, also Capture the Flag. Wenn sie das Lager übernehmen, richten sie eine Sicherheitszone ein und verdienen sich zusätzlich Belohnung, XP, Waffen, Outfits und so weiter. Ah, das ist cool. Das ist cool. Okay. Let's do it then. Äh, beziehungsweise erstmal angucken. So, das ist der Anführer. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Wo ist denn schon alles markiert? Wir gehen zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel. Das Tango-Motel? Nein, Tango. Tango. Ah, ja, jetzt bin ich natürlich wieder der Erste, der jetzt hier wieder vorgehen darf. Hier kann man am besten einfach durchmetzeln. Tarnung. Es ist ratsam, hier eine Tarnung zu verwenden. Drücken Sie, um in die Hocke zu gehen und mit Hilfe von Verstecken Ihre Sichtbarkeit zu reduzieren. Nutzen Sie die Umgebung, um Ihre Feinde abzulenken. Münzen, Flaschen und Ziegel machen Lärm, der Ihre Aufmerksamkeit erregt. Schleichen Sie sich hinter die Feinde und drücken Sie X, beziehungsweise bei uns was anderes, F wahrscheinlich, um sie zu überwältigen. Verdienen Sie sich die Kampffertigkeit Stich, um Ihre Feinde schneller und leiser auszustalten. Ja, jetzt wüsste ich halt nur gerne, was ich dafür drücken muss. Planänderung, Aiden. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell! Ich tue was ich kann. Achso. Also von ursprünglich her, wir machen das jetzt zusammen. Darf ich jetzt hier alleine? Geiler Scheiß! Geiler Scheiß. Warte mal, es waren noch mehrere Eingänge. Da hinten haben wir noch einen Eingang. Hier unten auch noch einer. Reichseingang. Da unten war auch noch einer. Ich versuche mal erstmal hier rein zu gehen. Irgendwie da. Ja, vielleicht komme ich ja von da aus schon überall hin. Mal schauen. Mal schauen. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Oder muss ich jetzt hier hoch? Um das hier als Eingang zu nutzen. Oh, hi. Nein. Hab ich jetzt gesehen? Ich glaub, die haben mich schon gesehen, oder? Hey, Freunde. Ihr habt mich schon enttarnt. Alles gut. Alles wird wieder gut. Wo ist dein Freund? Ah. I'm sneaky, Freunde. I'm sneaky. Oh, was ist denn? Ich würde das... Warum hat der schon so viel Schaden genommen? Hi, 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 hi. Kikriki, kikriki. Das war schnell. Oh, die haben auch gut Kohle, ne? Was haben wir denn hier? Du hast nichts. Bin invisible. Das ist ja schon fast ein bisschen zu leicht, oder? Oh, guck mal, wie süß. Wir liegen nebeneinander. Könnte sogar vielleicht meinen, dass die Händchen halten. Und der hat auch noch einen schicken Armreif dabei. Hat er bestimmt von einem anderen bekommen. Ich bin pretty sure about that. Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Jetzt mal es looten, Freunde. Wurfmesser. Wurfmesser ist auch immer gut. Die Frage ist, kann ich das auch nochmal looten, wenn ich das hier alles eingenommen habe? Stimmt, oder? Dann brauche ich es ja halt nicht, alles jetzt zu machen. Aber ich nehme noch ein, zwei Sachen so mit. Ja, warum auch nicht? Warte mal, jetzt muss ich noch kurz... Okay. We did it, guys. We did it. So, was haben wir denn hier schönes? Noch mal eine Waffe. Noch mal ein bisschen Reis. Und noch ein bisschen Schmuck. Wie viel Schmuck die hier haben, ne? Hm. Das nehme ich auch mit. Ja, so ein spartanischer Wurfsperr ist auch nie verkehrt. Hallo? Ich hoffe, ich habe ihn gleich immer noch, wenn ich hier hochgeglittert bin. Also, ich... Äh, wer bist du denn? Wer bist du denn? Wo ich stehe? Hä? Was machst du denn hier? Der hockt einfach mal ein bisschen im Gras. Da denkt sich auch so, hey Mensch. Eckspiel verstecken. Vor allem, ich kann den weder angreifen noch sonst irgendwas machen mit dem. Oder oben scheint noch jemand zu sein, oder? Und jetzt runter? Der hat mich doch jetzt schon ein bisschen gesehen gehabt, oder nicht? Ah, ich höre Bewegung. Das ist eine sehr gute Frage, was das ist. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Echt jetzt? Kannst du das? Was zum Henker ist das? Oh nein, ich weiß es dir nicht. Oh nein, ich weiß es dir nicht. Oh, jemand? Da unten ist noch jemand gekommen. Mach ihn platt, Junge. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber er hilft mir. Ja, er hilft mir. Und da kommt noch jemand. Oh, halt. Oh. Ist. Jo, halt. So, du machst den. Wer ist das? Ja, wir machen jetzt mal einen auf Chuck Norris. Ja, wir machen einfach super viel Lärm. Ja, dann kommen die ganzen Gegner zu uns und wir müssen nicht zu denen. Which could be good. Kann ich das jetzt irgendwie einnehmen? Ich glaube, ich brauche die. Ich brauche die halt. Ich muss den Anführer töten. Ich brauche das Totem und noch irgendwas, oder? Das hier brauche ich, glaube ich, gar nicht so per se. Aber gut, ich kann ja trotzdem hochklettern, ne? Ich will da vielleicht auch irgendeine Begründung haben. Wir schauen mal. Mal rauf. Mal gucken. Mal gucken, Freunde. Mal gucken. So, und jetzt kann ich hier was machen? Ach, abschalten? Haben die jetzt keinen Strom mehr? Ich kann es wieder einschalten. Ja, gut. Oh, der ist immer noch vielleicht am fighten. Seht ihr das? So, wir kommen mich jetzt hier am cleversten runter. Oh, yeah. Das ist gut. Das ist gut. Oh, da ist übrigens der Anführer, ne? Kann ich dir einfach von ihm jetzt meucheln? Oh. Hast du nicht gehört? Der ist aber... Der ist groß. Der ist groß. Aber... Holy moly. Aber er ist nicht wirklich stark. Du stirbst mal daran. Du kannst auch mal gegen die Wand... Mich hat Penner genannt. Du Pissar. Ach, die will kommen denn da jetzt noch? Komm mal runter da. So. Alter. Bequeme Sportschuhe. Das ist sogar schon für Level 3. Guck mal. Nur noch mal ein paar Looten. Ah, dass die nicht umsonst hier draufgegangen sind. Wäre sonst echt schade. Wäre sonst echt schade. Oh, hier mal das Totem. Wofür auch das immer mal gut ist. Ja, hol mal die Flagge wieder runter da. Und all die Beute waren die da verschwinden. Oh, was? Ich hätte vielleicht ein bisschen früher... Früher... Lesen sollen. Das war ja meine... Meine Vermutung. Dass wenn ich das eingenommen habe, dass ich eigentlich noch alles looten kann. Aber scheinbar dann doch nicht mehr. Jack and Joe's Camp. Oh, yeah. Ein Pilger im Bazar? Wenn ich viel wäre, würde ich verschwinden, bevor die Leute wütend werden. Bravo, Pilger. Die Greenwood-Familie. Jederzeit. Wir danken dir. Denk dran, Pilger. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe es jetzt für euch eingenommen hier. Ich bin durch. Wobei, ich glaube, mein jetziges ist besser noch, ne? Vor allem auch Artefakt-Turnschuhe. Also, ich glaube, meine jetzigen sind besser. Wie schaut es oberteiltechnisch aus? Ich glaube, das ist auch besser. Ich bin einfach schon zu krass. Zu krass ausgerüstet, Freund, ja? Es tut mir leid. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Hallo, Carl. Oh, der ist immer noch nicht befreit. Pilger. Wo sind die anderen? Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Cool. Ich ging aber auch nicht alleine geschießen, ne? Ja, das war mir schon klar. Wo sind Jack und Joe? Sie flohen aus dem Lager, als sie den Kampflamm gehört haben. Ich weiß nicht, was sie planen. Sie sagten, dass sie auf Verstärkung warten. Welche Verstärkung? Das weiß ich nicht genau. Joe sprach von den Abtrünnigen, Überbleibsel der alten Armee, die auf dem Damm an der anderen Seite der Stadt stationiert sind. In letzter Zeit wurden sie am Bazar gesichtet. Na, das kann man so nicht sagen. Gibt auch ein, zwei sympathische. Mich zum Beispiel. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophie's Versteck. Lauf! Schnell! Geh jetzt! Keine Zeit verschwinden! Da will die mich ja alle rumscheuchen, ne? Ich habe hier gerade übelst großes Lager für die eingenommen. Dafür jetzt schon wieder los. Dafür, ich darf mich nicht mehr umgucken hier. Nicht mal das. Ich bete für dich. Danke. Machst du es jetzt schon oder erst später? Vielleicht so was Unterbewusstes oder sowas. Weiß nicht. Gutes Argument. Ja, ne? Ja, ne? So. Ja, dann müssen wir jetzt mal zum Tango. Hotel. Lass mal hier runter. Aber, oh! Au! Das sind so Sympathie-Schmerzen, die man automatisch hat, ne? Nur, wenn man kurz mal daneben springt. Komm ich jetzt auch da unbeschadet hin? Hier ist doch überall für solche Zone. oder? Vielleicht nicht überall. Kann ich hier einfach mitten nach wo durch? Mal runter. Ich glaube, nur da, wo grün ist, ist doof, oder? Oder? Moment. So far so good. Oh, oh. Uh, knappe Geschicht. Hemmstoffbehälter. Ist das hier drinnen direkt? Pflanzen, oder? Zumindest nicht weit weg. Zumindest mal das. Aiden. Aus Jack und Joes kleinem Dorf kommt Lärm. Und noch was, Harkon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aiden, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Oh, wow. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ah, komm. Oh, immer dieser Bubi-Bonus, ne? Oh, schlimm. Schlimm. Dass es jetzt die richtige Entscheidung war, weiß ich das immer nicht. Aber hier ist halt auch ein Hemmstoffbehälter. Und die Waffe. Die wollte ich ganz, ganz dringend haben. Hey, Leute. Scheiße. Ich bin zu spät. Sophie. Barney. Bist du da? Sophie? Sophie, melde dich. Ja, hier sieht es nach einer echten Party aus, ja? Ey, Freunde. Okay. Erstmal alles looten. Weil ihr habt es ja jetzt bei dem einen Versteck gesehen. Sobald man da irgendwie was übernimmt, ja? Dann geht gar nichts mehr ab. Dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Deswegen erstmal alles looten. Erstmal alles looten. Aber ganz so viel gibt es ja, glaube ich, hier gar nicht. Wobei, die können wir noch mitnehmen. Schön, paar Elektro-Teile. Und ansonsten haben wir nicht viel. Na gut. Hemmstoffbehälter. Geht der näher. Hemmstoffbehälter. Wo ist eigentlich der unterwegs? Der Hemmstoffbehälter. Ist der über uns? 14 Meter. Wo komme ich denn jetzt closer? Ich glaube, ich... Warte mal. In die Richtung komme ich closer. Das heißt, er muss irgendwo da sein. Vielleicht über uns. Hallo, Freunde. Hallo, Mora. Geht noch weiter nach oben. Ach, der ist schon mal nach oben. Guck mal. Gucken wir uns erstmal den. Warum ist hier so dunkel? Willa... Kann ich mal rüber? Ah, ja. Ah, okay. Durch die Tür kann ich nicht. Durch die Tür kann ich nicht. Das ist doof. Ah, ich wollte schon sagen. Ja, zumindest würde ich das jetzt mal aufmachen hier. So, ein bisschen Sanitätskappe, okay. Und ein bisschen Mehl. Ja, können wir Pizza machen, Freunde. Pizza. Pizza, Pizza, Marco Micella. Ah, so. Müssen wir wahrscheinlich hier weitergucken. Alle tot. Was ist denn hier passiert? Vor allem, die sind auch Peacekeeper, ne? Das sind nicht nur... Äh, nicht nur die von der Sophie. Also von dem Bazar, sondern auch... Wann ich vielleicht hier hoch? Nö. Hm. Nö. Nun denn. Laufen wir mal. Sie sind ja höflich. Was ist los, verdammt? Melde dich. Tomo Arogato, Mr. Roboto. Ähm. So, Sophie. Muss ich höchstwahrscheinlich irgendwie... Ah, okay. Ich muss da hin. So, let's go. Schön hier rüber. Sophie. Wir müssen doch irgendwo auch der Hemmstoffbehälter sein, oder? Ich rieche den doch schon. Hier, überall. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Irgendjemand war ja verdammt gründlich. Mach einfach mal alles auf. Keine Seele mehr hier am Leben. Ja. Und der Save ist natürlich auch leer. Ja. Nichts für den Grizzly. Oh, ich höre was. Hallo? Kominski? Was geht da drüben vor? Over. Hola. Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Oh. Scheiße. Verdammt. Den kennen wir doch. Ich hatte gerade angefangen, dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich hab euch geholfen. I did do nothing. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Was? Aether geholfen. Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebeneffekt. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? Ach, jetzt sind plötzlich noch welche am Leben? Bonnie, warte. Freunde, können wir drüber reden? Ich nehm das mal als Nein. Okay. Ich hab euch gewarnt. So, willst du gehen? Oh, da kommt noch mehr. Oh Gott. Okay, ich muss doch schneller machen, Freunde. Sorry. Eins, zwei. Autsch, das tut doch weh, Junge. Komm, komm. Ja, gut. Jetzt können wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Das erfreut mein Pazifistenherz absolut gar nicht. Sonst irgendwas zum Looten? Muss ich jetzt, ich muss da wieder rein. Kann man hier noch was looten? Ein paar Kräuter. Lavendel, Kamille, Hallett. Einfach mitnehmen. Wofür ist der Raum jetzt hier? Der Raum ist wahrscheinlich auch nur dafür da, damit hier irgendwelche NPCs drin stehen konnten, die dann hier rausstürmen konnten. Ja? Was werden die wahrscheinlich die ganze Zeit gemacht haben? Oh, Mensch, was für eine schöne Wand. Tolle Maserung. Kann man sich die ganze Zeit angucken. Ist ja fast wie Fernsehen. Ist das der einzige Raum? Wird wahrscheinlich noch einen anderen hier geben, oder? Mal auf, das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Raum. Oder? Oder? Geht's denn da hin? Oh Gott. Wenn ich jetzt hier rund... Ach, so ist das. Was? Ich hab... Ich hab... Ich... Ich hab ja noch nicht mal... Ich hab ja noch nicht mal irgendwie einen Hinweis bekommen. Von wegen so, hey Mensch, pass auf. Du gehst gerade aus dem Missionsgebiet da raus. Gehen wir auf jeden Fall zurück. Auf jeden Fall zurück. Hallo? Oh nein, hi. War ja klar. Ich suche Sophie. Sophie! Oh, Hermann, kannst du nicht mal... Oh, ich hab... Ich hab gerade geskippt. Ich wollte ausweichen aus Reflexen. Hermann, es tut mir so heftig leid. Du warst mir der sympathischste von allen. Du warst mir der sympathischste von allen. Ich sag dir. Ich mach das nicht gerne. Das tut mir mehr weh als dir. Was ist das? Liborn. Hä? Dann jetzt noch gesagt. Oh. Jetzt hab ich's ausweichen geskippt. Ich wollte... Ich wollte einfach ausweichen. Ausweichen. Wow. Okay. Ja. Gut. Tut mir jetzt echt ein bisschen leid um den, ne? Fall! Immer da, wo du mich brauchst, hm? Yeah. Cool. Komm ich da überhaupt hin? Vielleicht muss ich erst mal hier hoch. Ah. Okay. Ne, war mein. Hier ist so eine Art Leiter. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Komm da hoch und dann jetzt rüber. Alter, halt dich doch fest. Ich dachte, du bist zu akrobatisch. Was ist los? Ach so, jetzt geht's. Ich weiß. Ich weiß. Huah! Yeah. Ach, das ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Dann ist man da runtergefallen, ne? Ich weiß. Ich weiß. Ja gut, dann wissen wir zumindest, was da noch passiert ist. Now we know. Aber ich muss doch mal den Hemmstoffbehälter finden. Finde Barney. Achso, ich muss gar nicht mit dir reden. Oder? Wo bist du hergekommen? Mein sechster Sinn, Junge. Ich wusste, du kommst in Schwierigkeiten. Barney wollte dich töten. Das heißt, er verschweigt was. Wahrscheinlich hat der den Lukas umfacht. Etwas über Lukas oder Schlimmeres. Was meinst du? Erst der Mord am Commander. Und jetzt die Übernahme des Wasserturms. Das ist kein Zufall, Aiden. Barney versucht schon lange aus dem Schatten seiner Schwester herauszutreten. und Villedor selbst von den Peace Keepern zu befreien. Ich versuche ihn zu finden. Sei vorsichtig. Ich werde Aetor warnen. Wir bleiben in Verbindung. Ja. So kleine Machtspielchen, ja? So kleine Machtspielchen. Komm raus. Komm schon, Mann. Komm raus, komm raus. Ich finde dich. Wo immer du bist. Haben wir noch was Schönes drin? Ach, Mensch. Eine Dose. Eine Dose, meine Freunde. Brauchst wir eigentlich auch noch was, ne? Wow. In dem, in dem kompletten Raum. In dem kompletten Raum war eine Kiste, hier ist so eine Truhe, mit einer Dose drin. Das hat sich voll gelohnt. Ich wollte nur mal gucken, vielleicht hat der jemand irgendwas da reingelegt. Ja, hier waren wir vorhin schon einmal drinnen. Ah, sehr schön. Dich will ich. Dich will ich. Dankeschön. Oh, Rekt 2. Rekt 2 drinnen, Freunde. That's good. That's very good. Das heißt nämlich... Ich kann das mal kurz die Kiste nochmal aufmachen. Das ist nur eine Batterie, glaube ich. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist ein Spielzimmer. So, jetzt können wir nämlich, hier bei Fertigkeiten, nochmal kurz aussuchen, ob wir bei Ausdauer oder bei Leben noch was dazunehmen. Äh, ich glaube aber fast, dass wir zunächst nochmal hier in Ausdauer nehmen. Ausdauer ist immer ganz, ganz gut, weil es halt besser ist für die Kämpfe und man kann länger klettern und sowas. Das ist meistens dann gar nicht mal so verkehrt. Jetzt sind wir nämlich hier schon bei 200. Ja, 200. So, aber wir brauchen jetzt wieder ein paar Punkte. Können wir natürlich sowas machen wie Wandlauf. Wobei das hätten wir auch schon vorher machen können. Kann ich hier noch aufmachen? Wo sind wir denn hier? Äh. Ich glaube, da kann ich ja oben irgendwas machen, ne? Äh. Da steht doch einer da hinten. Seht ihr das? Schwebt der? Okay, von hier kamen wir. Ich gehe erstmal nochmal, ich gehe erstmal wieder rein. Ich will mal gucken, was hier hinten jetzt ist. Vielleicht ist sie so viel und wartet auf uns. Wenn du nicht darum bittest, schieße ich den in den Kopf. Und wenn nicht, dann stirbst du ganz langsam, bis du alles zugibst. Du bist der, der sterben wird, Barney. Du solltest ihn aufhalten, nicht töten. Gib mir die Waffe. Gib sie mir, Bruder. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. So dankt er mir also meine Hilfe? Verrätern danken wir mit dem Tod. Du hast verschwiegen, dass du für Aether arbeitest. Ich arbeite nicht für Aether, ich arbeite für mich selbst. Keiner kann hier neutral bleiben, Aiden. Wir kämpfen ums Überleben. Ohne Wasser stirbt der ganze Bazar in weniger als einem Monat. Und die Peacekeeper, die helfen uns nicht. Genauso wie damals, als meine Mutter starb. Sie saßen nur rum und schauten uns beim Sterben zu. Wie sich herausstellt, bist du einer von denen. Wir sind ja völlig egal. Sag mir, warum sollte ich dich nicht töten? So viel Schließt. War ich im Leben hänger? Worauf wartest du? Wir können uns gegenseitig helfen. Wir können es versuchen, aber oh Gott. Also die lustigere Antwort wäre die hier, ne? Ach komm, wir machen mal eine lustige Antwort, ja? Komm, auf geht's. Versuch es ruhig. Du tust es ja doch nicht. Sag mir, wer Lukas getötet hat. Der Vollidiot denkt, wir haben es getan. Zeitverschwendung. Schieß. Das ist deine letzte Chance, Sophie. Sag mir, wer Lukas getötet hat, bevor ich diese Tür einschlage. Ich könnte dich hier und jetzt töten. Aber vorerst bist du mehr lebendig nützlicher als tot. Wir werden sehen, wie lange das so bleibt. Oh Gott, ich dachte, ich wäre jetzt ein bisschen zu cocky. Vor allem, what the fuck? Ich habe für die übelste Banditlager eingenommen. Ja, übelst krass war ich für die Unterwegssinnung. Das alleine. Und das alleine. Da haben wir nicht geholfen. Da haben wir nicht geholfen, Freunde. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Da können wir nicht mal schlafen. Mal kurz gucken. Huuu. Ich habe eine Nachricht von Harkon bekommen. Schön, dass Sie heil daraus gekommen sind. Treffen wir uns in meinem Quartier in der U-Bahn. Dann gehen wir über die nächsten Schritte. Okay. Aber nicht so. Kann ich nicht hier einfach hochklettern? Vielleicht... Ne, da komme ich nicht hin. Vielleicht muss ich das hier irgendwie hoch machen. Hallo? Bin ich zu leicht? Moment, kann man da hoch? Ich glaube, da kann man hoch. Warte mal. Moment. Hopp, 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 hopp. Hopp. Aha! Yeah, thank you. Thank you, guys. Thank you. Es scheint nur so ein Dach rein zu sein, ne? Das ist... Das ist irgendwie ein bisschen... Ein bisschen magere Ausbeute, muss ich sagen. Und hinten steht... Seht ihr das? Wie komme ich denn da hin? Wie sind die da gar hingekommen? Hier könnte ich nochmal pennen. Warte mal, den ziehe ich erstmal an. Dann haben wir hier nochmal eine Safe Zone. Na, komm. Nightrunner-Versteck. Moment, wenn hier ein Nightrunner-Versteck ist, könnte es eventuell möglich sein, dass hier auch noch Kämpfstoff ist? Somewhere? Oder ja nicht, ne? Ja, hier haben dann so Nightrunner geschlafen. Und die Nacht verbracht. Ich hoffe, hier regnet es in der Gegend nicht so ganz so häufig. Das war jetzt echt eine magere Ausbeute. Sondern kann ich jetzt hier einfach... Warte mal, wenn ich jetzt hier... Oh, da hinten ist... Oh, warte mal. Oh, 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 hier, hier könnte was drin sein. Mach mal auf. Oh, yeah. Oh, no. Wobei, ist das nicht so ein Teil, was so übelst viel wert ist? Militär-Technologie, alle Fakt-Ressourcen. Ah, ja. Ich glaube, damit, äh, damit kommen wir ganz gut weiter. Komme ich jetzt wieder hier runter? Ich würde jetzt echt gerne wieder... Ähm... Komme ich jetzt am glücksten hier runter? Ohne... Ah, 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 ah. Ohne drauf zu gehen. Ohne drauf zu gehen. Ich ziehe nicht irgendwo... Mann, da kann ich doch bestimmt... Weil da vorne wäre eine Matratze. Eventuell komm mal bis dahin gesprungen. Ich glaube, dann dürfte man überleben, oder? Komm hier bis zur Matratze kommen. Ah, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Ah. War schon ein bisschen spaßig. War schon ein bisschen spaßig. So, wo muss ich jetzt hin? Da hinten irgendwo, okay. Okay. Puh. Not bad, not bad. Wobei bist du? Dann braucht schon wieder jemand meine Hilfe. Ich muss noch kurz da hin, Freunde. Ich muss. Gotham needs me. Ah, schon wieder. Ich bin Banditen. Ich will... Ich will wissen, wie ich da drücken muss. Das bleibt jetzt echt keine Ruhe, ne? Ja, dein Kumpel war aber vorher tot. Au. Warum hat er dich jetzt so gedreht? Ab mit deinem Kopf. Oder einfach in Flammen setzen. Geht auch. Burn, baby, burn. Ist der irgendwie auf dem Dach? Der ist da oben. Hi. Und runter? Oh, das muss wehgetan haben. Autsch. Ich hab was für die Karte. Ich auch. Hahaha. Eck war schneller. Eck war schneller. Aber ich will doch nicht. So, catch. Sehr schön. Hast du gut gefahren? Hast du gut hier mal? Hast du gut hier mal? So, und du? Kannst du auch fangen? Ah, fast. Fast. Almost. Ich glaube, ich hab jetzt hier ein paar angelockt, oder? Ja, wir gehen einfach mal weiter. Weil ich glaube, dass jetzt hier erstmal ein paar Viecher ankommen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal... Uts. Haha. Lass mich durch. Oh Gott. Lass mich durch. Viecher. So. Bye, bye. Tschüss. Yeah. This is how I do it. Wo machen wir eigentlich gerade hin? Wir müssen gerade relativ weit weg, ne? Ich kann leider gerade nicht auf M drücken. Also für die Karte. Weil das Spiel ja nicht pausiert. Ja, das heißt, die können mich dann immer noch schön vögeln. Das wäre doof. Das wäre doof. Okay, hier war ich glaube ich schon. Den nehme ich auch nochmal kurz mit, auch weil es cool ist. Und dann werfe ich den auf den... Okay. So. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Ja, das war einfach mal... Weil es cool war. So, jetzt können wir auch gut auf die Karte gucken. Wir müssen... Ach, wieder zum... Ne, warte mal, nicht zum Bazar. Das ist Quarry's End. Bazar ist hier. Das heißt, wir müssen wieder zu dem... Eitor. Ja, also zu den Peace Keepern. Let's go then. Festhalten ist optional. Ja, alles cool. Alles cool. So. Aber schön ist, dass wir halt wirklich einfach über das Dach machen können. Im besten Fall... Kann ich hier einfach so... Nein! Warum fällst du da durch? Du sollst dich da irgendwie festhalten. Ich habe ganz knapp überlebt. Aber wirklich nur ganz knapp. Schön ist, dass man halt wirklich... Bis zu einem bestimmten Wert... Ja, regeneriert man wieder Leben. Das ist ganz gut. Ey, hallo? Wie sprechen die denn alle hier, ey? Küssen die auch ihre Mama mit dem Mund? Wieder hoch. Wieder hoch. Wieder hoch. Ich will noch weiter hoch. Dankeschön. Der Neueste stand im Konflikt mit den Abtrünnigen. In den letzten Tagen gab es mehrere Berichte von Abtrünnigen, die nördlich des Lower Damn Air gesichtet wurden. An Orten, die normalerweise von Peace Keepern kontrolliert werden. Der hat nur einen Schlag ausgehalten, ne? Mann, ist das ne... Pussy gewesen. Richtige Pussy. Oh, 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 oh. Hey. Das hätte schief gehen können, ne? Das hätte verdammt nochmal schief gehen können. Aber ich bin... Oh, oh, oh. Alter, warum? Ich springe... Ich springe überall daneben? Aha. Ich werde gleich so heftig sterben. Ich werde gleich so heftig sterben, Freunde. Und warum? Weil ich mich wahrscheinlich selbst richte. Indem ich einfach irgendwo ganz, ganz tief runterfalle. Was ist denn da oben? Achso, das ist wahrscheinlich so ein Parcourslauf, ne? Ne, das wollen wir jetzt grad nicht machen. Hi, Freunde. Ich bin nur auf der Durchreise. Tschüss. Ja, der hat nochmal richtig Schwung geholt beim Polizeiauto. Kann man auch mal machen. So, wir sind gleich da, Freunde. Alles cool. Ja. Just breathe in and breathe out. Puh. Sehr schön. So, dann reden wir mal mit dem Ator. Der ist immer noch am sauer machen, ne? Ich glaube, das ist auch so eine Süßentusarbeit. Ich habe sogar auf dich geworfen. Ganz schlechte Karten. Ich habe kein Problem mit ihm. Hier gibt es eine goldene Regel. Je mehr du leistest, desto mehr Arbeit bekommst du. Ja, ist doch mega. Was? Willst du lieber nach Hause zu deiner Mami rennen? Das ist auch ein coolen Bad. Halt dich an die Regeln. Oder du wirst verhaftet. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich will dich begucken. Wer bist du denn? Aha. I see. I... Oh. Hey, das kitzelt. Na gut. War halt einfach mal so nett, ja? Sie sind hier. Gut. Sie hatten recht. Es war eine Falle. Sieht aus, als wären sie der Wahrheit recht nah gekommen. Entweder haben die Lukas umgelegt, oder sie wissen, wer es getan hat. Wir bringen sie zum Reden. Und wie wollen sie das anstellen? Indem ich die Kontrolle über den Wasserturm übernehme. Jack und Joe sind irgendwo hin abgedampft. Im Turm sind höchstens noch Nachzügler. Das ist die einzige Wasserquelle in der Gegend. Und wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert Old Villador. Sie wollen ihn also mit Gewalt einnehmen? Das könnte ich. Nachdem die Banditen weg sind, wird der Bazar nun Wachen am Turm aufstellen. Sobald die PKs sich blicken lassen, wird es zu einer Auseinandersetzung kommen. Also ich rate, ich darf sie alleine machen? Gut. Aber ich will ihnen keinen Kriegsgrund liefern. Okay, ich darf sie alleine machen. Wenn wir jedoch den Turm heimlich erobern, würden wir sie vor vollendete Tatsachen stellen. Ich soll mich also da reinschleichen? Ja. Und die Sprengladungen entscharfen, die Jack und Joe hinterlassen haben. Jeden erledigen, der noch dort oben ist. Aber seien sie vorsichtig. Der Turm ist das höchste Gebäude in der Gegend. Und der einzige Weg nach oben wurde abgesperrt. Ich kann's versuchen. Scheint ja wohl gerade die einzige Lösung. Also gut. Los geht's. Wenn sie das schaffen, haben wir ein massives Druckmittel gegen den Bazar. Damit sie uns sagen, wer der Killer war. Ey, was ich für die für Aufgaben erledige, ne? Hol mal Badinenlager. Hol mal Wasserturm. Alter, what the fuck? Guten Tag, Bürger. Aber es gab jetzt zumindest einigermaßen was an Sachen. Das ist ganz gut. Guten Tag, Bürger. Dankeschön. Ich wurde hier scheinbar schon herzlich aufgenommen. Wir müssen anfangen, das Wasser zu rationieren. Aber warte mal, ich kann ja noch kurz nicht verkaufen. Wir gucken mal kurz, wie viel wir jetzt haben. Wir haben ja vorhin diesen legendären Gegenstand da gehabt. Mal handeln. Oh, wobei 2100 ist gar nicht mal so viel, ne? Ist jetzt gar nicht mal so viel. Kann ich trotzdem was verkaufen? Mal hinten war noch einer. Hey, yo. What up? What up? Schauen wir nochmal. Ja, also wenn die Halbbarkeit kurz vorm Ablaufen ist, dann können wir auch mal die Waffe wechseln. Dann können wir hierfür nämlich noch 244. Wäre vielleicht auch nicht mal so verkehrt. Oh, hier haben wir auch super viel, ne? Können wir alles mal verkaufen? Brauchen wir alles nicht. Ja, ich kann ja eh nur ein paar Klamotten tragen immer. Ja, schön alles verkaufen, Freunde. Warum kann ich das nicht verkaufen? Hat er keine Kohle mehr? Ah, jetzt. Wollte schon sagen. Selbst die kann ich verkaufen? Aber die bringen gar nicht mal so viel. Die bringen gar nicht mal so viel. So, hier auch nochmal verkaufen. So, Wunderberge. Warte mal, welches davon? Das hier habe ich an, ne? Was ist denn jetzt da? Ich weiß nicht, was besser ist. Egal. Ähm, ich verkauf einfach die anderen Sachen. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Werden ja später wahrscheinlich eh noch ein paar andere Sachen, ein paar andere coole Sachen finden. Ja, von daher können wir die erstmal, erstmal, uh, erstmal hier nochmal so ein bisschen aussortieren. So, jetzt sind wir schon bei 18.500 knapp an Kohle. Ja? Wir sind ja, wir sind ja schon zur, wir gehören ja schon zur High Society, Freunde. Zur High Society. Ja. Aber habe ich jetzt echt schon dieses krasse Teil da verkauft? Dieses richtig krasse Teil? Was ich da gefunden hatte? Nein, so, ne? Kann ich noch irgendwas schönes kaufen bei dir? Oh, Heizungshammer. Stumpf. Äh, aber es ist aber nur einhändig. Ich finde ja, ich habe ja, oh, 68? Holy shit! Wollen wir uns das mal holen? Kostet einfach mal 1000, ne? Aber, ich meine, wir haben es. 68 Damage macht das. Das ist, halt. Das nehme ich. Ich glaube... Aber das hat halt, wir können es halt nicht, wir können es halt nicht reparieren, ne? Das ist ein bisschen doof. Warte mal, dann, äh, mach ich das da hin? Okay, dann tauschen wir uns einfach mal durch. Dürfte eventuell ganz cool kommen. 68. 68. Ich will gleich mal gucken, wie geil das Teil ausschaut, ne? Ich will gleich mal gucken. Schön, dass wir uns hier ja wieder antreffen. Yes! Schön, auch dich wieder zu treffen. So. Gehen wir mal weiter. Müssen wir eigentlich jetzt hin? Jetzt muss ich kurz mal schauen. Äh, ach so, wieder zum... Ach, hier zum Wasserturm. Die müssen wir jetzt einnehmen. Gelangen Sie zum Wasserturm. Und dann wahrscheinlich einnehmen. Okay.